Hier ist mein Mann und ich wollte nur eine kleine Warmtour machen am Anfang hier auf dem neuen YouTube-Kanal. Hier ist die Toilette. Wir gehen hierin durch den Kamm. Hier sind nicht so gute Lichter. Aber auf jeden Fall, hier ist dann die Küche. So ganz schön hier. Essen da so. Dann gehen wir direkt ins Wohnzimmer. Hier mit der Couch. Das ist mein Mäerschweinchen. Wir putzen das gerade, deswegen ist das in diesem Käfig. Dann da mit Balkon, dass ihr das seht. Mit Balkon, da ist jetzt was davor, aber mit dem Fernseher. Dann gehen wir mal weiter in das Bad mit Dusche, Toilette und so. Dann das Zimmer von meinen Eltern. Hier darf ich aber nicht lange drin bleiben. Und mein Zimmer und das von meinem Bruder. Das ist das. Ja. Und das war's auch schon mit diesem Warmtour. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.